Klaas Auni, Klaas Auni! Ich komme, ich komme, ich komme! Hey, hey, hallio Leute und willkommen hier zum Apu Battle mit dem Palm. Hi! Und wir sind hier schon gut gestartet. Wir sind nicht ganz alleine, hier ist Tab, guckt euch mal an, wer hier alles da ist. Haltet einfach mal das Video an, dann könnt ihr das sehen. Und wir wollen kurz an eine Stelle hin. Und Palm erklärt jetzt mal so ein bisschen, worum es hier geht und was hier abgeht. Und lass mal bitte in die Richtung. Ich glaube, das war in die Richtung, wo ich denke. Ja, erst mal, ihr seht schon, ohne im Inventar, wir haben andere Waffen drin. Das ist der Flans-Mod. Ich glaube, Adi hat sich schon gewundert, seit wann hat Minecraft irgendwie richtige Waffen drin? Ja, auf jeden Fall, wir spielen hier mit verschiedenen Kids. Das ist, glaube ich, einmal der Sniper, den Assault und den Pioneer mit unterschiedlichen Waffen. Wo bist du? Und wir spielen hier in zehn Zweierteams. Ich spiele gerade mit Kalle zusammen. Hallo. Ja, genau. Und jedes Team hat fünf Teamleben und nochmal die Individualleben. Wenn einer von uns beiden stirbt, ist eines von diesen fünf Teamleben weg. Die sieht man auch bei Tab. Und wenn wir keine Teamleben mehr haben, als er an der Null steht, dann spawnen wir nur noch, also dann haben wir nur noch unser eigenes Leben in dem Sinne. Ja. Also wir haben schon eine Runde gespielt, die war viel zu lustig. Ja, genau. Ja. Wir waren übrigens... Das war schon echt mega. Warte mal, sollen wir es heute an welche Position wir waren? Kannst du gerne machen. Ja, komm, gerne, klar. Okay. Wir waren im Endeffekt Platz sechs. War, glaube ich, auch relativ knapp. Ich glaube... Oh, da vorne ist es. Was? Da, wo ich hin wollte mit dir. Ja, genau. Dieser Turm... Oh, wir müssen jetzt natürlich gucken. Warte mal, wir gehen da unten lang, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen. Und zwar habe ich nämlich... Vorhin haben wir ein bisschen noch getestet. Ein paar Sachen, weil wir jetzt ein bisschen was umgehendet haben. Weil das letzte Mal, wie gesagt, haben wir ja schon gespielt. Da hat es leider nicht ganz so funktioniert. Da gab es ein paar... Ja. Kann halt mal sein. Kann so was passieren halt. Und deswegen habe ich vorher getestet. Nicht, dass du wieder die Probleme aufkauchen. Ich bin einfach runtergesprungen. Oh, das sind ja nur anderthalb Herzen. Schaden. Also... Warte mal, ich komme von der Seite. Ja, es ist immer... Bei Flansmode ist das... Flansmode ist ja an sich immer einer der Mods, die relativ lagintensiv sind. Besonders wegen den ganzen Fahrzeugen und so weiter. Oh, wir sind drin. Und da kommt es eigentlich immer, dass man irgendwie Probleme hat. Und? Oh! Ey! Jetzt hast du mich nicht verschreckt. Achtung! Jetzt... Das heißt, die zwei Minuten sind oben jetzt heiß. Es dürfte getrennt werden. Genau. Ähm... Ich habe eine Spitzhacke. Warte. Wir sind hier in der Bergfestung. Ja, wir wollen mal gucken, was hier so abgeht. Ähm... Ja. Warte mal, Waffen sind alle geladen. Achso, wir sind wieder hier. Vergiss das nicht, bevor du die Waffen lädst. Wenn du die Waffen nicht lädst, dann bist du ein bisschen nachher. Waffen sind geladen bei mir. Ich habe sie vorhin schon geladen. Ja, ich habe sie jetzt auch nochmal gemacht. Zur Sicherheit. Also, das hat mich letztes Mal richtig verkackt. An der letzten Stelle im Endkampf hatte ich eine Waffe nicht geladen. Und das hat mich echt vieles gekostet. Dekontaminationsraum. Okay. So, wir sind dekontaminiert. Juhu! Hier sind die Duschen. Ne, den Witz bringe ich jetzt nicht. Ich habe leider kein Wort verstanden, Schatze. Oh, da rät die Dements sind der Freundin. Ja, das würde ich jetzt so gerne eine Granate rein donnern. Aber dann kriege ich ja ein Teamleben abgezogen. Ja, mach das mal, du. So. Ihr lern das übrigens in so 15 Minuten lang Folgen hoch. Jeden Tag kommt, glaube ich, eine. Bei dir ist es zumindest so. Alles gut. Ich bin ja auch normal. Ich hätte die mir einfach einen Kuss gegeben. Oh. Das macht sie aber gerne. Das ist richtig provokant. Dann bist du wieder hier raus. Dann könnte ich die ganze Stunde hier rumgammeln. Ne, ich will erst mal kurz gucken. Einfach mal, einfach mal gucken. Wir sind Team Lustig heute. Ja. Oder Palme HD. Weißt du der Name? Palme HD, genau. Auf jeden Fall, wo ich gerade war, wir laden in 15 Minuten Folgen hoch. Wahrscheinlich werden das so drei bis vier Folgen. Ich weiß nicht, wie lange es dieses Mal wird. Okay, lass wieder hoch. Ja, komm. Ich wollte noch mal kurz gucken, weil ich habe das so ein bisschen gesehen. Wir wollen natürlich Action haben. Ja. Machst du die Folgen durchgehend oder cuttest du die? Die cutten natürlich auch in 15 Minuten Folgen. Ist natürlich klar. Ne, das meine ich nicht. Hattest du die 15 Minuten Folge auf 10 Minuten oder so runter? Äh, mal schauen. Da ist leider nichts drin. Hm. Ja, ich muss da gucken. Ich werde wahrscheinlich die ersten noch relativ lang machen, weil jetzt die riesengroße Erklärung drin war. Okay, da kämpfst du jemanden. Du hörst es. Ja. Also nicht wohl das Klimpern, Leute. Das ist, wenn irgendjemand Glaser schießt. Das hört man auf der ganzen Map. Alle hören das. Genau. Haben uns letztens mal richtig drüber gewundert. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, Leute. Hm. Oh, der hat sich schon jetzt einfach gestorben. Nice. Ja, das habe ich extra gemacht. Haha. Ich bin gut, ne? Habe ich nichts, gell? Gut. Also ich würde sagen, ab in die Stadt, ja. Wir müssen mal irgendwie öfter die Menschen kommen. Ähm. Ping. Ping. Was ist das Klippern denn eigentlich? Aber wenn ich jetzt versichere, ist das Klippern auch, ne? Hier ist ein Nexus. Nexus. Nehmen wir mit. Ja! Nexus zerstört! Wuuu! 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 Da sind noch mehr. Na gut. Da hinten ist noch ein Nexus. Nexus zerstören! Wuuu! Oh, limo, 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 ja, jo. Ja. Ah, das kennen wir ja hier schon. Ja, stimmt. Die waren wir ja auch schon mal. Verlierst du eigentlich Essen? Ich nicht. Ich auch nicht. Kann ich aber mit leben, also. Ich finde das auch gut. Ja. Aber wir treffen echt auf keine Leute. Hier in der Ecke sind normalerweise alle. Hier in der Ecke und da drüben in dem Bereich. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz bitte. Ganz kurz. Ganz kurz. Kommst du mir kurz rein? Ja, ja, ja. Ich komm. Ich will ganz kurz noch was machen, weil ich habe diese Sprint-Taste immer noch nicht. Warum? Oh, Mensch, Kalle. Äh, wo ist es denn? Sprinten, 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 Sprinten. Ja. Aber das stellt sich wieder automatisch um. Ich habe das glaube ich auch vorhin nochmal geprüft. Irgendein Command von dem Mod selber, also von Flans, und der setzt sich immer da drüber. Ja, genau das ist es nämlich. Und jetzt muss ich kurz gucken, wo ich das Sprinten jetzt hinsetze. Mhm. Ich habe es einfach irgendetwas vom Flanspons rausgenommen und dann das dafür gelassen. Ja, aber welcher, warte mal, welcher macht denn das? Welcher macht denn das? Option, Steuerung, L-Control, Down-Key, was ist das? Down? Down-Key. Den brauche ich wahrscheinlich gar nicht, ne? Keine Ahnung. Nee, komm, komm. Wie gesagt, ich spiele so selten mit Flanspons. Das ändern wir jetzt um Steuerung. Und zwar den Down-Key, da setzen wir jetzt einfach... Ich sehe einen, zwei Namen. Oh, warte, warte, warte. Was war das? Das ist... Warte, warte, ich bin... Das sind lila, ne? Das ist... The Outplay. Die muss ich eigentlich machen. Komm, bitte, Kalle. Bitte, 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 bitte. Ich bin gerade so überfordert gerade. Ich finde das Sprinten wieder nicht. Bitte, wie will ich wegmachen? Die sind jetzt so gut. Ja, ja, ich habe es gesprinten. Wo bist du? Linke Seite auf die Bäume drauf. Die sind unten drunter. Und die sehen uns wahrscheinlich nicht. Ist das dein Name, den ich sehe? Ja, grün. Ja, wir sind grün. Wo sind die? Und die haben sich hier irgendwas gecraftet. Da liegt zumindest ein Crafting Table in den Bäumen rum. Kann da nichts abbauen, ne? Nee, nee. Warte mal, Domse und Julia. Ja. Und dann gerade eben noch hier. Entweder versuchen die jetzt selber auf die Bäume zu kommen, oder... Warte mal, die haben sich... Jetzt weiß ich, was die gemacht haben. Oder nee. Da vorne. Wo bist du denn? The Outplay. Vorsichtig. The Outplay ist Snipe, habe ich vorhin mitgekriegt. Was? Auf der Brücke. Okay. Ich höre gar nichts mehr. Warnung. Wo sind die? Unter der Brücke. Unter der Brücke. Hinter dir. Hier in der Höhle. Hier in der Höhle. Okay, ich komme. Granate und Shotgun, ne? Nein, 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 nein. Oh, Granatenwerfer. Sie hatten Granatenwerfer. Ich muss kurz weg. Ich muss kurz weg. Holy moly. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Ja, ich bin da. Achso, das ist sie. Ich sehe gerade nichts. Komm her. Ja, jetzt komm ich. Da ist Dani, warte. Ich hab sie, ich hab sie. Nice. Gut, ich habe... Ich hatte... Ich hatte gerade Blindness gehabt. Diese... Die sind diese Blindheitsgranaten. Er ist doch da, Oni. Oder ist Oni-Ton? Ja, ich dachte, der müsste hier hinten... Müsste hier hinten, glaube ich, irgendwo sein. Glaublich. Ich glaube, ich hab seine Höhle gefunden. Aber ich weiß nicht, wo er genau ist. Warte mal, ich werde erst hier hochgegangen. Er müsste irgendwo noch ganz viele Items rumliegen. Ich geh gerade noch ein Stück runter. Oder? Ja, mach das. Ich geb mich hier oben. Aber wenn es da längst über alle... Warte mal. Ich darf hier auf gar keine Weile im Wasser sein. Oni-Sniper. Wenn Oni mich hier weg macht... Lass uns lieber nicht trennen. Lass uns lieber nicht trennen. Okay. Ich bin jetzt wieder unter der Brücke. Ja, warte. Ich muss erst mal wieder hochkommen. Weißt du, was hier rumgammelt? Hä? Etwas namens Granatenwerfer. Ist das dein Name da hinten? Ich glaube. Hier sind die Granaten. Ja, nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Auf jeden Fall. Nimm den Granatenwerfer mit. Und? Da ist er. Da ist Oni. Da ist Oni. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Lass dich nicht machen. Lass dich die Beine. Mach die Beine. Nein. Holy moly, Alter. Oh fuck. Warte mal. Jetzt habe ich da noch mehr Granaten. Hier müsste noch ein zweiter Granatenwerfer rumliegen. Guck mal nach. Und der Sniper muss hier rumliegen. Oh, die ist doch Sniper. Hier eine Mini-Uzi. Die brauche ich aber nicht. Such nach der fucking Sniper. So. Ich muss ein bisschen regenerieren. Ich habe nicht mehr allzu viele Leben. Ja. Ich habe es wieder voll zum Glück. Aber lass mal. Lass mal. Lass mal ein bisschen laufen. Ja. Lass mich auf der Stelle hier stehen bleiben. Oh mein Gott, Alter. Boah. Es ist wieder so scheiße spannend. Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Warte mal. Ich glaube ich komme hier ein bisschen besser hoch, oder? Du bist in die andere Richtung, ne? Ah, ich sehe mich schon wieder nach. Ich sehe mich schon wieder nach. Nix, 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 nix. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Wenn er es jetzt wieder ohne ist. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt hierher kommen, um uns zu töten. Komm hierher, komm hierher. Ja. Und sie haben Granatwerfer. Nicht vergessen. Ah, wir sind hier in der Sackgasse. Wir sind hier in der Sackgasse. Also wir können uns auch hoch bauen. Ja, mach du mal kurz. Ich halte hier Ausschau hier in die Richtung da. Ja, okay. Machen wir. Ich brauche jetzt gerade eh kein Essen. Man kann ja hier eh nichts verlieren. Ich habe jetzt C4 da hingesetzt. Okay, das ist schlau. Das ist wirklich schlau. Wir sind hier direkt unter der Brücke. Warte mal. Das ist, das ist Team. Ich habe leider keinen Optifine. Ich habe auch keinen Optifine. Du hast ausgeschaltet. Beziehungsweise, ich habe... Ich glaube, das ist Oni. Ich glaube, das ist aber Oni. Okay. Du kannst dich hier hoch bauen, wo ich mich hoch gebaut habe. Das ist direkt unter der Brücke. Ich muss hinterher bauen. Wir sind hier in dem geschlossenen Raum. Wir versuchen noch zu sneaken. Die finden uns hier drinnen nicht direkt. Boah, du denkst immer, wenn irgendjemand Glaster schießt. Du denkst direkt, der ist jetzt... Ja, ja. Du denkst jedes Mal, das ist irgendjemand, der... Irgendjemand stypert hier gerade richtig. Und Oni und Danni haben nur noch zwei Leben. Nice. Wir haben sie ja wieder weg gemacht. Also, das liegt auch daran, dass der Killer-Craft heute leider nicht dabei sein kann. Ja. Das ist eigentlich richtig unser Glück, ne? Das ist richtig unser Glück. Also, wir haben noch... Ich hab mich hoch gebaut. Kein Team-Leben verloren. Du hast dich hoch gebaut. Warte, ich komm hinterher. Ja. Aber jetzt kann auch keiner sagen, wir haben uns irgendwie vercampt. Wir hatten ja jetzt schon zwei oder drei Kills. Alle? Boah, jetzt hab ich mich richtig kurz erstreckt. Hä? Hä? Keine Ahnung, was das immer ist. Warte mal. Ach stimmt, das sind die... Das sind Sonder-Items. Du kriegst ja immer einen kleinen Refill. Du kriegst immer einen Refill nach einer bestimmten Zeit. Lass erstmal weggehen. Lass erstmal weggehen. Lass erstmal weggehen. Ja, Sekunde. Hier oben auf dem Berg rüber, würde ich erstmal sagen. Wir werden für kurz einen Überblick haben über die Map. Da oben ist nämlich ein Turm. Weiß ich. Ja, okay. Wie gesagt, ich hätte auch eine Granate erfangen. Du hast glaube ich auch einen inzwischen. Ne, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich mal gucken. Aber erstmal... Erstmal würde ich sagen, dass wir kurz auf den Turm hochgehen. Genau. Dann würde ich kurz mal einen Überblick über die Stadt kriegen und eventuell mit Glück jemanden sehen. Ach, wo geht denn das hier hoch? Ich glaube hier den Weg irgendwie lang. Mhm. Aber ich will noch so kleine Mikro-Lags. Hier sind es mir schon durch drin. Ja gut, aber... Ach, wenn ich nicht woran es liegt, ist vielleicht... Ich glaube ich gut mit Leben. Liegt am Mod und vor allem am Forge. Forge ist einfach so... Ja. Eine kleine längende Bitch. Ja, stimmt wirklich. Also Forge ist... Ich weiß es noch so ein Riesenbreit. Ich habe damals mal einen Modpack gespielt. Das hatte 270 Mods. Okay, hier hat man jetzt nicht unbedingt viel Übersicht. Aber ich kann nicht mal ganz kurz meine Sachen wegwerfen. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Verrottetes Fleisch brauche ich auch nicht. Golden Nuggets brauche ich nicht. Julia ist tot. Okay. Ich bin immer so verwirrt, ne? Wenn links jetzt... Oder wenn rechts unten in der Ecke diese Ansicht kommt, ist der linke jetzt gestorben oder hat er einen getötet? Ich habe keine Ahnung. Da fragst du mich gerade wirklich. Aber ist eigentlich logisch. Hat getötet. Das ist... Ja. Ah ja, doch. Wodurch? Genau. Ich glaube, Extremverzockt ist durch Freak seine C4 gestorben. So würde ich das jetzt interpretieren. Basti und Extremverzockt haben beide noch... Warte mal. Basti und Extremverzockt, die haben alle noch die Teamleben. Genauso wie bei Louis und Miri. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass das beide Sniper sind. Die haben ja, glaube ich, letztes Mal auch gesnipert. Basti... Also ich könnte mir das auch gut vorstellen. Ich bin da auch... Warte, komm mal mit. Komm mit hier runter. Aber ich esse nichts. Ja, wir sind jetzt sozusagen über der Autobahn, über den Tunnel. Okay. Ja, da vorne ist sie wieder. Hast du was gehört? Warst du das? Was? Ich habe nichts gemacht. Hier war gerade ein Schuss. Was? Jetzt ist hier diese Action. Sneaken, 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 sneaken. Ja. Nein. Übrigens nicht wundern, das ganze Projekt werden wir wahrscheinlich ohne richtigen Anfang und ohne richtiges Ende hochladen. Hast du nachgeladen? Lädst du nach? Nein, ich sehe deinen Namen. Rate mal, wer da ist. Wo denn? Wo denn? Das ist Oni und der Sniper hat. Warte, den können wir jetzt wegmachen. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe dich nicht. Warte. Ja. Ich bin wieder ein bisschen den Berg hoch. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Warte kurz. Ich bin nämlich noch da, wo du hochgegangen bist. Ja. Warte mal, da hinten Sniper hat Oni. Warte, da hinten bist du. Ich komme jetzt einfach zu dir gelaufen. Bist du gerade bei ihm? Ja. Und? Oh Gott. Ja, ich habe einen. Oh, nice. Nee, du hast einen gemacht. Egal, egal. Und der andere ist da unten. Der andere ist da unten. Ja, ich sehe ihn. Wo denn? Holy fuck. Das war ich jetzt. Entschuldigung. Okay. Ist das Oni? Ja, ich habe Oni gemacht. Nice. Oh mein Gott. Da unten muss jetzt aber ein Sniper. Da unten muss das. Hier liegt irgendwas. Das hat geklopft bei dir. Ich habe es gehört. Ja. Nicht jetzt. Meine Freundin meckert mit dem Hund. Der Hund macht gerade wahrscheinlich irgendwelche Sperenzieren. Ey, ich habe einen Sniper. Ich habe auch die Kugeln. Willst du den Sniper haben? Äh, ne, ne, du die mal. Ich? Ich? Für ein anderes Teil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF, 2020